Der 1. FC Heidenheim gewinnt auch das zweite Spiel der neuen Saison gegen Eintracht Braunschweig mit 3 zu 0. Am Ende verdient Braunschweig, konnte nicht an der Leistung anknüpfen, die sie letzte Woche gezeigt haben. Und letzte Woche hätten sie sich auf jeden Fall Punkte verdient gehabt, heute allerdings nicht. Ballbesitz war ausgeglichen bei den Torschüssen und bei den Schüssen allgemein, hatte Heidenheim einen kleinen Vorteil. Und für Braunschweig ging es ja auch schon ganz schlecht los. Philipp Strumpf mit dem Eigentor für die Braunschweiger und so stand es ja schon 1 zu 0. Das war ja schon der erste kleine Genickbruch, muss man ja dazu sagen. Heidenheim hätte sich früher belohnen müssen, hätte vielleicht eventuell früher höher in Führung gehen müssen, haben sie aber nicht getan. So haben sie es halt in der zweiten Halbzeit geregelt. Sie sind in der 61. durch Tim Kleindienst, haben sie auf 2 zu 0 gestellt und dann in der 89. durch Kevin Sesser, den 3 zu 0 Endstand erzielt. Ja, was kann man sagen, Heidenheim in den ersten beiden Spieltagen sehr, sehr stark, 4 zu 0 Tore. Gut, es waren nur zwei Spieltage, aber bisher spielen sie einen sehr, sehr guten Fußball. Die harten Gegner kommen zwar noch, aber Braunschweig hat heute nicht annähernd den Biss gezeigt, den sie noch am ersten Spieltag hatten. Und Heidenheim ja marschiert im Moment und Heidenheim will natürlich jedes Jahr aufsteigen. Und ich glaube auch, dass sie dieses Jahr gar nicht mal so schlechte Chancen haben. Mal sehen, wie sich der Trend weiter fortsetzt. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben dalassen, abonnieren nicht vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.